Für ein ganz besonderes Event ist die Redaktion von Mercedes-Fans.de extra in die Schweiz gefahren. Vor der grandiosen Alpenkulisse stellt der mehrfache deutsche und Schweizer Bergmeister Rito Meisel seinen SLK 340 vor. Ein Bolide mit 3,4 Liter V8 Judd-Motor, der satte 610 PS auf die Straße bringt. Der Wagen ist eine Sonderanfertigung des Teams Meisel und ist der schnellste SLK der Welt. Wobei der Chef deutlich macht, was für eine schlanke Organisation dahinter steht. Ich bin in diesem Team der Fahrer, der Inhaber, der Konstrukteur, der Pilot, das Mädchen für alles. Ich bin einfach für alles da. Rito, die Premiere des SLK 340 liegt jetzt wenige Minuten hinter uns. Was sind so deine ersten Gefühle? Ja, das ist ein Gefühl der Erleichterung, natürlich auch für die Sponsoren, für die Fans, für mich selber. Wir haben hier hart gearbeitet, dass wir heute hier stehen. Wir haben unser gestecktes Ziel leider noch nicht erreicht, aber wir haben jetzt ja die Winterpause, die noch kommt, um das Auto abzustimmen, einzustellen, zu konfigurieren, die restlichen Bauteile, die noch fehlen, dann einzubauen. Ja, das erklärte Ziel ist natürlich im April, wenn die ersten Bergrennen losgehen, da am Start zu stehen. Bei der Vorstellung war der SLK zwar grundsätzlich fahrbereit, aber eine frisch aufgespielte brandneue Motorsteuerung zeigte sich unerwartet zickig. Sie verhinderte, dass der Motor sich starten muss. Schade, denn nicht nur die Anwesenden hätten gerne erlebt, wie der 780 Kilogramm schwere Bolide in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. In den Schweizer Alpen wäre dabei der eigentliche Zweck des motorisierten Kraftprotzes deutlich geworden. Aber das Auto ist ja so aufwendig gebaut, ihr habt sicherlich noch höhere Ziele. Ja, natürlich. Wir werden ganz bestimmt auch im Frühjahr noch ein paar Läufe zur Europa-Bergmeisterschaft fahren. In der Schweiz gehen die Bergrennen erst im Juni los und die ersten Rennen zur FIA Hill Climb Challenge, die sind schon im April in Südfrankreich. Dann geht es weiter im Ende April in Österreich am Rechtberg. Da möchten wir ganz bestimmt auch schon am Start stehen und ein bisschen vorne mitmischen. Und ich habe noch was von einem Überseeprojekt gehört? Ja, natürlich. Man muss immer einem Ziel oder einem Projekt ein höchstes Ziel ergeben. Und dieses höchste Ziel heißt Pikes Peak. Da befinden wir uns natürlich immer noch in der Vorbereitungsphase. Eines der größten Probleme wird die Höhe sein, weil dieses Triebwerk hier ist ein 3,4 Liter V8, ein Saugmotor. Und bekanntlich bei irgendwo 4000 Höhenmeter geht dem Saugermotor ein bisschen die Luft aus. Nein, das ist nicht der Einstieg von Karlsson in den Motorsport. Denn wir betreiben ja Motorsport schon seit 1998 mit dem SLK, erst mit dem 170er. In einer Langstreckenrennserie 1998, 1999 wurden wir Gesamtziebter beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit dem SLK 200, mit dem Rhein-Damen-Team. Und wir haben in den darauffolgenden Jahren immer wieder Langstrecken-Sport mit dem SLK im Rahmen der VLN betrieben, am Schluss mit dem R171. Und das ist im Grunde eine logische Fortsetzung dieser Motorsportaktivitäten. Und nein, also ein Einstieg ist es eigentlich nicht, denn wir sind schon die ganze Zeit dabei. Das ist nur die Fortsetzung. Hier die wichtigsten Fakten in Kurzform. Juland-Trenz-Achsel-Getriebe, Megaline-Paddle-Shift-Schaltung, einteilige CECOM-Carbon-Keramik-Bremsscheiben in Kombination mit Trieves-Renn-ABS, eine modifizierte Stahlblech-Karosse nach internationalem E1-Reglement mit einer Zelle von Lockheed. Inklusive 5 Liter Restbenzin wiegt der SLK 340 nur geschmeidige 780 Kilogramm. Herr Schuster, kann ich als Kunde für meinen Straßen-SLK jetzt bei Karlsson so ein Bodykit bekommen? Nein, Sie können keinen kompletten Bodykit für Ihren privaten SLK bei uns bekommen, wie das Rennfahrzeug dargestellt ist, denn der ist viel zu extrem, um ihn auf der Straße zu bewegen. Aber Sie können natürlich Karlsson-Zubehörteile bekommen und wir können das Design darstellen für das Fahrzeug, sodass Sie am Ende im Grunde ganz nah im Rahmen der Straßenverkehrszulassungsordnung ein Fahrzeug haben, das diesem Fahrzeug sehr ähnlich ist. Wenn ich als Teamchef eines Rennteams zu Ihnen komme und auch ein SLK 340 bestellen kann, geht das? Ja, natürlich, noch so gerne. Auf das hin arbeiten wir ja. Das war von Anfang an ein erklärtes Ziel von uns, nicht nur einem Rennteam, sondern vielleicht einem Privatier, der seine Garage noch kompletieren möchte, so ein Objekt bauen. Wir haben alle Pläne, wir haben alles, was dazu nötig ist, nochmal so ein Auto zu bauen. Kleiner Trost für die anwesenden SLK 340-Fans. Auch wenn der echte Wagen nicht fahren wollte, in der virtuellen Welt klappt das schon perfekt. Die echten Fahrzeugdaten wurden hier hinterlegt und bieten Spaß pur. Im kommenden Frühjahr beginnen die ersten ernsthaften Fahrtests mit dem echten SLK. Dann sind wir von Mercedes-Fans.de natürlich wieder dabei. Das haben Thomas Ebeling und Rito Meisel beim Abschied fest vereinbart. Tschüss! Tschüss!